Hallo Leute, herzlich willkommen zurück zu Batman Arkham Asylum. Weiter geht's. Wir haben ja letztes Mal gesehen, wie Killer Croc, äh, Crane mitgeholt hat. Wieso auch immer. Aber das interessiert mich jetzt weniger. Ich frag mich nur, wie wir hier rüberkommen. Oder, na, ob wir hier rüberkommen müssen. Das weiß man ja nicht. Nö? Nö? Nö, 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 nö. Hier, schätz es mal. Okay, schau mal. Okay. Du heiliger. Was war das denn? Bruce, bist du dir da sicher? Das Ganze klingt wie ein Himmelfahrtskommando. Ich habe keine Wahl. Ich habe den Scanner so eingestellt, dass er die für das Anti-Venom erforderlichen Sporen anzeigt. Das führt mich direkt zu ihm. Was ist mit Krog? Krog ist nur ein Tier. Und Tiere brauchen Fallen und den richtigen Köder. Ich schaffe das schon. Ich melde mich, wenn ich fertig bin. Ja, ähm... Du weißt, dass das unter dir... Jetzt ist nicht die Zeit dafür. Hä? Okay. Die schwimmenden Pompons werden mich tragen, aber auch Schallwellen durchs Wasser senden, die Krog meine Position verraten. Ich muss mich so langsam wie möglich bewegen. Ah... Okay. Bis jetzt... Bis jetzt gab es noch. Was soll das? Freak mich voll auf. Oh, 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 oh. Oh Gott, dass sich das anhört. Oh. Was war das denn? Kann ich das mal aufhören? Was war das denn? Oh Gott. Scheiße, die macht mir voll Angst, ey. Killer Croc, ey, wie ergibt sich so einen Namen? Oh Gott. Oh, ich bin fertig. Nee. Ladet. Nicht hinter schauen. Nicht nach hinten schauen. Nicht nach hinten schauen. Ich darf nicht zu schnell sein, aber... Du gehörst mir, Batman. Schön. Er kommt mir nicht nach. Oh, ich weiß nicht wieso. Oh. Ich weiß nicht wieso. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Was ist eigentlich? Ich habe deine Trägerung aufgenommen. Okay, du hast eine Trägerung aufgenommen, ich hoffe nicht zu schnell. Scheiße, ich habe dich voll abgeschmissen mit dem Batarang. Verdammt! Das ist schwerer, weil es aussieht. Tick tock! Fütte! Okay. 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 Deinen Knappen werden ein Fest essen! Ok, musst du unbedingt weiter? Darum, ok Oh Gott, noch ey! Ok, jetzt habe ich 2, müsste ich jetzt haben Ok, 150 Meter 130, das letzte Mal muss ich wahrscheinlich nur links Ja Es ist nur fies, dass er hinter mir auftauchen kann, also ziemlich etwas behindert Schon recht krass, muss ich sagen Ich kann dich jetzt schon schmecken Naaaaaaaaaah Verdammt, ich finde das total zum Kotzen Okay, das Das war gescriptet, okay 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 Jetzt bleib ich noch mal Zwei, drei Das war klar Das war sowas nun klar, dass der da langkommt Okay Die Richtung erst mal Hä? Okay Ah, da hinten, okay Du gehörst mir, Batman Oh, nee, oder? Ah, okay Okay, ich habe schon eine Idee, wie ich hier darüber kommen Okay Okay Er will mir, er will mir das eindeutig nicht zu leicht machen Okay, ich muss in die Richtung Oh, oh Die sind die Reflexe Ah Oh, Leute, das war das erste Mal für den Port Genug Aufregung für den Port Würde ich sagen Und dann sehen wir uns im nächsten Port Ciao, ciao Okay Okay Okay